Oh ne, keine Geschütze! Hallo Katze! Lass mich bloß in Ruhe! Ich muss mehr die Fähigkeit einsetzen, ich mach das immer so selten. Das Heck muss ich ja auch nochmal probieren für irgendeinen Gegner. Kann ich die angreifen? Ja. Ah, die kann ich hacken. Da haben wir es ja schon. Ach so, ich muss nur auf das Grüne warten. Oh, Herausforderung. Stimmt, hatten wir ja noch gar keine hier. Besiege alle Geister, nimm höchstens zweimal Schaden. Probieren geht überstudieren. Ja, okay. Ja, klar. Äh, ja, nee. Wie soll ich denn das machen, bitte? Die machen ja permanent Schaden hier. Warte, einmal probier's jetzt noch. Hat der jetzt ja gar keine Chance. So, wir müssen sie trennen. Nein! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Alter, wie soll man denn das schaffen, bitte? Ach, das wollte ich machen. Ah, ah, okay. Ja, ja, ja. Damit könntest du natürlich... Ja, Punkt! Ach, komm! Wieso kann ich jetzt nicht raus? Ach so, jetzt kann ich einfach nicht mehr abhalten. Okay. Na dann. Beenden wir's einfach. Kann man ja nicht jede Herausforderung perfekt machen. Bisschen nervig ist, dass man die nicht nachmachen kann. Ja. Ich frage mich, ob man die dann irgendwie nachträglich doch noch neu probieren kann, aber bisher sehe ich da keine Möglichkeit dafür. Rauschkonter und Aura-Konter sind möglich, nachdem du einen Angriff geblockt hast. Äh, drücke gleich nach einem erfolgreichen Block X und so kann dein Rauschkonter und Aura-Konter müssen unter einem Blockkommand angelegt werden. Ich glaube, ich habe da schon eins, oder? Habe ich schon einen Konterkommand überhaupt? Wieso ist es da unten? Okay, da unten sind die anderen, aber... Keine Ahnung. Soll nicht mein Problem sein. Hier komme ich nicht durch, okay. Dann neben den anderen Weg. Das Ding ist doch immer gehackt. Kann ich das schnell hacken? Damit es mich nicht mehr stört. Ah, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu hacken. Jetzt... Oh, oh, der schießt gerade. Punkte raus. Ah! Ja, okay, ich fahrte nicht mehr. Was sind Gratispunkte? Wer kann denn da wieder stehen? Du kannst gleich mal weggehen, du blödes Geschütz. Ich kann es jetzt nicht mehr hacken, weil die Gegner schon weg sind. Auto-Destruction. Oh! Ist das bei allen möglich, oder war das nur bei dem jetzt? Alter! Han! He- 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 eine nette Idee. Komme ich jetzt noch, ob ich hier runter sollte oder ob ich noch woanders Ding kann man mal ich glaube irgendwie, da das der nächste Punkt ist, neben dem Pult, wo ich das deaktiviert habe, wird das wahrscheinlich auch der Weg sein, den ich gehen muss, um weiter zu kommen. Dementsprechend mache ich hier anscheinend noch mal Gegnerfertig. Eigentlich gehen wir noch weiter, aber man kann ja ein bisschen Bonusarbeit auch machen. Ah, ach so, okay. Ja, wow. Damit hat sich das jetzt anscheinend auch erledigt. Die zwei Türen, die ich noch erkunden wollte, waren genau die gleiche Tür. Das spart Zeit. Hallo. Ah, 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 ja, ich schieße schon wieder auf mich. Müsste gleich bereuen hier. Destruct Auto. Kabumm. Noch mehr davon. Ich glaube, ich musste sie sogar alle zerstören. Destruct Auto. Was hat denn mein Auto damit zu tun? Oh, das waren beide. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Komme ich nicht rauf. Da ist eine Kiste. Also bin ich Gold richtig. Da kommt jetzt wieder viel auf mich zu. Ein großes Gebiet hier. Oh, Freundschaft gestiegen. Yeah. Freundschaftsbonus. Komm, jetzt kommen wir von dir. Ja, geht doch. Noch einer? Nö. Reicht den anscheinend schon? Muss er da in den Lift rein, oder ist das hier nicht der Solarsegler? Oder die Station für die Solarsegler? Oder täusche ich mich da jetzt komplett? Sieht so ein bisschen Solarsegel-mäßig aus. Hallo, Bambi! Tschüss, Bambi! Möchtest du absolvieren? Habe ich jetzt irgendeine Fähigkeit freigeschalten, oder? War das einfach nur zum Spaß? Ich glaube zum Spaß. Oh, ein Speicherpunkt. Den nutze ich dann doch mal kurz aus. Haben wir schon gerade... Achso, Oh, nee! Oh, jetzt habe ich vier Speicherdateien. Das braucht man. Wir müssen weiter... Ja. Und wohin? Doch auf den hier drauf, oder was? Ja. Da geht's hoch. Zeig hier. Zeig hier, dass das ein Solarsegel ist. Das war's. Ist sie gonna make it? Ich weiß nicht. Aber du hast nicht geschrieben, ihr kode? Ein paar davon. Aber die resten ist einfach... beyond mir. Sie ist ein Iso. Iso? Eine neue Lebensform. Korra ist die letzte Iso. Und Sie haben sie gegründet? Sie sich so wie eine Flamme verzeichnet. Sie waren wirklich, wirklich von irgendwoher. Die Konditionen waren richtig, und sie kamen zu sein. Für Jahre, wir haben eine pure Existenz, außer uns selbst. Ich habe sie hier gefunden, wie die Flamme in einer Flamme. Sie waren fantastisch. Alles, was ich hoffe, zu finden im System. Kontrolle, Ordnung, Perfektion. Kein Problem. Die Iso. Sie waren mein Geist für den Welt. Da, gut wie neu. Es wird lange dauern, um ein System zu verbinden. Also, was passiert mit deinem Geist? Klü. Klü hat es passiert. Er wurde gegründet, um den perfekten System zu entwickeln. Aber kein Potenzial ist niemals, niemals, vollständig zu erinnern. Klü sah die Iso als Unverfektion, weil er sie zerstört hat. Er hat sich gegründet. Nein. Er ist mir. Ich habe es gegründet. Gegründet nach Perfektion. Gegründet nach was richtig in front of mir. Richtig in front of mir. Es ist zu schwer für eine Sache. Gegründet nach was. Und dann, die Leute von dir verletzt werden in der Prozess. Wie Xehanort. Sein Einzelminderung für Antworten hat eine Ansem. Wir haben alle ein wenig dieser Worte in uns. Also, wenn wir nicht aufhören, jeder von uns könnte eine Ansem entwickeln. Schön, wenn wir da nichts dagegen tun können. Wir werden da einfach umgeleitet in eine Falle. aufhören. Aufhören. Quora! Quora! Nein, warte! Sie ist weg. Sie ist weg. Wir können sie weg. Ja. Nein. Hold auf, Sam. Was ist mit dir zu den Portal? Du sie weg. Du sie weg. Aber Quora kommt erst. Und wir müssen noch zurückkommen. Sam, wenn du zwei Rappets gehst, du nicht enthiert. Wenn das ein Vater-Sohn-Sohn geht, ich nicht in. Aber wir sollten wahrscheinlich zurückkommen diesen Diss, zumindest. Before Clue benutzt es, um die Welt zu zerstören. Komm schon, Sam. Genau. Meet mich auf dem Flugzeug. Und wir uns ein paar Wurzeln. Wurzeln? Was ist dein Plan? Ich bin ein User. Ich improvisiere. Riku! Ich muss auch die Korra retten. Ich weiß. Wir werden. Wurzeln. Das Diss sollte irgendwo auf dem Flugzeug sein. Ich habe es hier vorhin gesehen. Da. Okay. Teilen wir uns jetzt auf? Oder machen wir jetzt beides gemeinsam? Das wäre dann irgendwie unsinnig. Aber okay.